Ja, vorneweg unser Zeremonienmeister Jakob Braunberger von unserer Prinzengarde. Er führt den Umzug an vorneweg und diese er gefolgt von unserem Fahneträger zum Umlauf. Hier hält die Fahne sicher in den Wind, Seide und die vom Verein, dass da nichts umherflattert. Und hinterher folgt dann unsere Tonitäten der diesjährigen 65. Saison mit ihrem Prinzenfahrzeug und ihrem Chauffeur Heiko Bauch. Ja, die Tonitäten müssen wir uns natürlich auch vorstellen. Wir haben eine ganz herrliche Prinzessin Franziska, die Erste und ihr ein donneren Rümmi. Und zu einer schönen Prinzessin gehört natürlich auch ein Prinz. Genau, ein ganz toller Prinz der diesjährigen 65. Saison. Unser Prinz Robin, der Erste, auch ihr ein donneres Rümmi. Hallo! Toll, das ist die Prinzenfahrt, die natürlich auch schon ganz schöne, tolle Tage hinter sich haben. Und zu jedem Umzug gehört natürlich auch eine Kapelle, die hier auch schon über viele, viele Jahre mit von der Partie sind. Und natürlich entsprechende Arsch- und Schulz-Klosecken. Hallo! Rümmi! Okay! Also, die Umzugsteine, ein Dreifachdorn eines Rümmi! Hallo! Rümmi! Hallo! Rümmi! Hallo! 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 Rümmi! Ja, auch die musikalische Umfang macht natürlich hierbei folgt einem schönen Umzug. Nicht fehlen, wir sind immer wieder froh, wenn ihr solche Kamelen aus dem Aachen kennen, hier wo uns aus der Ekonen, hier von der Vriesing und hier einen Superton zur Besten geht. Ja, und sie sind unzügig, die Aachen jetzt ist der Rümmi, der Kamelen aus dem Aachen. Und hier unsere kleinen Nachwuchs-Klose und auch euch natürlich auch ein tolles Rümmi! Rümmi! Ja, ohne den Nachwuchs, es gibt, es ist jetzt einfach, wir sind so, dass wir so viele schöne, höchste Mädchen haben, die hier bei uns auf der Bühne mit der Garte mitten tanzen wollen. Und wo ich natürlich froh bin, dass wir die Mädchen haben, hier kommt unsere große Garte und sie sind natürlich eine Augenweide. Wir können sie tanzen sehen, sie präsentieren sich auf der Bühne und wir sind stolz, dass wir sie haben. Das Präsentieren ist das eine, aber ich muss auch sagen, so wie sie hier stehen, es gibt natürlich auch verschiedene Tanzabende und Bühne auch Arbeiten nach der Veranstaltung und vor der Veranstaltung. Das sind die Mädchen alle mit von der Partie. Ich bin froh, dass wir euch haben, dass ihr euch zugleich hier bei uns im Verein engagiert und euch noch einmal ein dreifach dollernes Rümmi! Ja! Rümmi! Ja! Rümmi! Ja! Ja und hinterher in unserer großen Garte natürlich in der Schule gibt es auch ein Prinsenpaar und das ist in diesem Jahr unsere Schulprinzessin Paula Rostbach die Erste und unser Schülerprinz Leon Dressel der Erste. Und euch natürlich auch ein donnerndes Rümmi! Ja! Ja und hier kommt der Komiteewagen versetzt. Der hätte mir noch einen Platz drauf gemacht. Es ist so gut, dass wir hier stehen. Ja, die sind so groß gewachsen mittlerweile die Jungs. Nicht nur in der Höhe, auch in der Breite. Auch in der Breite sind sie gewachsen, deswegen stehen wir hier sicher auf der Bühne. Hier der Elferrat der Rümmi der Karnevalsgesellschaft. Ab letztem Herbst haben wir natürlich einen neuen Präsidenten. Hier oben steht der Jukas Möhrling. Ein donnerndes Rümmi! Die Elferrat-Damen oder die Elfer-Frauen sind von der Partie. Und jetzt kommt der Rümmi! Hier die Bomberstelle in der Kippe! Ein donnerndes Rümmi! Ja, hier geht es weiter. Mit der liebsten Kabinett der Jugend-Kusikverein ausschützt es auch schon viele, viele Jahre. Hier ist von der Partie. Und auch ein donnerndes Rümmi! Nicht Rümmi! Ja, und hinterher, Sie sehen es, wir reiten hoch zur Luz, vorneweg die Talone, unsere Vereinsmitglieder und unsere Publikum der AKG, hier sehen wir Hussaren. Eure Luzare, Sie sehen in der Uniforbe natürlich ganz, ganz schluckerlich aus, aber Sie sind nicht nur hier im Umzug, Sie engagieren sich auch mit den Karneval und diese Kunde kümmern sich uns das, oder den Schluckerbrüttel und wir schließen hier die Mastung. Vielen Dank für euch und ein einfach dolleres Rümmi! 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 Die Hussaren vor Future, so läuft es. Keiner hat da ein Glas, Dieter hat, es gibt nur alles über Leidung. Alles so fehlt noch hier. Also euch ein dolleres Rümmi! 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 Auch schon viele, viele Jahre mit vor der Partie hier die nächste Umzugsgruppe, wo Sie haben immer Bilder, wo Sie sich zusammenstellen müssen, damit wir das Foto erkennen können. Sie sind immer kreativ und wir sind stolz, dass wir Sie im Umzug dabei haben, wir sind auch stolz, dass wir Sie aber auch hinter den Flüssen und dem Plan immer zur Verfügung haben. Sie sagen immer ja, wenn wir fragen, wir brauchen euch unser Dank und ein dreifach dolleres Rümmi! 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 Ja, wir brauchen eine kreative Umzugsbilde, hier mit von der Partie. Herr Drümmi, ich kann dir sagen, Du hast ein ganz Schweres complementary. Hier wirklich, mich hervorzuweқ! Rümmi! 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 gehen bei uns hier beim Fasching die Pferde mit uns durch. Die griechische Sage ist hier natürlich mit von der Partie. Kennen Sie ja alle das Pferd mit dem Kopf oder mit den Flügeln. Die Flügeln haben sie zu Hause gelassen, das Pferdchen auch, aber ganz, ganz tolle Kostüme. Ein donnerndes Rügel! Euch für dieses Kostüm. Danke für die vielen Stunden, die ihr hier in dieses Kostüm investiert habt. Weiter geht es hier mit auch mit einer Umso-Skugel auch schon viele Jahre mit von der Partie ist und wer etwas älter ist, wie der Martin, der kann sich vielleicht doch gerade erinnern, am 1. Mai wurden sie verkauft, 50 pflicht das Stück, die Weihnachten, die hier für 50 pflicht die Kinder aus der Schule verkaufen müssen. Hier sind sie die Nelken und Herr Ritz. Sie haben auch echte Nelken dabei und es sind schon immer ganz tolle Blüten hier, wenn ich sie mal hier im Umzug zu erwähnen darf. Ja, wie ich schon der Jan erwähnt hatte, das sind unsere Blüten des Vereins, unsere Mainelken oder unser CBSOR, der RKG. Wir sind froh, dass wir sie dabei haben bei uns im Programme im Umzug und auch sie sind immer ein sehr hilfreicher Teil bei uns der SMA-UG bei guten Abend zu bedienen, mitzuhelfen, mitzuwirken. Wohl ist nur, wie sie sind immer mitzustellen und helfen, wo sie noch können. Also euch der Dreifachter eines Rümmel! 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 Wir sind auch schon viele Jahre mitzuhelfen, bei denen Sie gegraben und kacken aus Berger, die hier auch schon viele, viele Jahre bei Rümmel und mitzuhelfen sind. Wir freuen uns, dass wir sie mal hier haben und dass sie auch diesen Wetter mit ihrer neuen Umzug hier dabei sind und für Stimmung und den Umzug so. Euch ein neueres Rümmel! ARG 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 Beide ist um die nächste Umzugsgruppe für den Politiker. ist noch frei dahinter, aber hier kommen sie, die Wälder sind wieder mit von der Partie und wir grüßen euch mit einem Eibrachseurenetz HILS! 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 Wir haben gewiss mit Karneval gefeiert, sie feiert eine tolle Karneval und wir haben auch tolle Künstabende hier in Karpel gezeigt und es ist immer viel los, wir sind froh, dass ihr da seid, dass ihr da seid letzte Woche wartet noch, aber diese Woche sind wir, es geht richtig direkt hier in Karpel ist ihr gerne willkommen! Wir sehen uns ganz tolle Umzugspüler, ganz tolle Wälder, ganz tolle Systeme und natürlich eine oder mehrere tolle Karpel hier die vor den Karpel positioniert haben. Ja, wie schon gesagt, die Karne hinter den Regenbogenkostümen der MILSA eingereiht nicht nur bei uns, sondern im ganzen Karpel, auch bei den ganzen Karpellen, die hier jetzt dabei sind bei uns im Umzug, wird Jugendarbeit sehr gepflegt, darüber sind wir froh, wir brauchen immer wieder Nachwuchs in den Vereinen, das ist ganz wichtig. Auch das wird hier die MILZ wieder gezeigt, denn die Nachwuchsgarde mit hier an und natürlich auch die große Garde der MILSA und euch begrüßen wir auch mit einem neuen MILZ! HELLO! Rimmie! HELLO! Und noch ein MILZ! HELLO! 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 Aber hier wird natürlich Langhaus gefahren oder Bierattung geschossen. Ja, denn, wie Sie haben schon gesagt, Olympia soll nach Thüringen geholt werden. Die Winterspiele sollen hier ausgeführt werden. Und ja, ich denke mal, 2030 ist es dann soweit. Die Rümmel wird es hier übernommen. Und hier wird schon scharf geschossen. Also, Sie, Sie können mal ein. Warte, ich bin ja schon froh, dass Sie uns denn ins Regier genommen haben. Also, hier sind die Nachwuchsvorbereitungen für die nächste Olympiade, die hier nach Thüringen kommen soll. Und der Gattelschutzpump hier soll sehr groß ausgebaut werden. Oberhof hat es nicht geschafft. Rümmel hat sich aufgenommen. Es sind selbst die Stücke, die dazu zum Thema Massen und Neu, ein Dahlbeschon und ein dreifach donnertes Rümmel. Ja, Rümmel, Rümmel. Ja, wir haben ja vorhin mal kurz gebracht, wie lange Sie hier schon im Umzug dabei sind. Sie sind so mindestens 25 Jahre. Und Sie haben gesagt, damals waren Sie jung, heute sind die Egel schon dabei. Also, es ist weit über 25 Jahre, wo Sie hier schon im Umzug mitmachen. Sie sind immer wieder ungemischt und haben sich auch in diesem Jahr wieder aus ganz Deutschland zusammen sortiert. Und zwar aus Bayern, Hessen, Thüringen und ganz vielen tollen Bundesländern, die es hier bei uns so gibt. Jawohl, und die nächste Kapelle ist auch hier auf dem Markt, mit etwas für Stimmung zu sorgen, um hier natürlich die richtige Musik im Umzug zu zelebrieren. Ja, hier kommen Sie bei uns aus Rümmel, der Kinder- und Jugendmusikverein aus Rümmel und der Leitung von Gerald Wilhelm. Auch da wird, wie gesagt, Nachwuchs trainiert. Nachwuchs wird hier groß geschrieben. Sie treffen immer den richtigen Ton und sind auch immer wieder ein gern gesehener Umzugsbeitrag hier bei uns in Rümmel beim Umzug. Toll, zur Eröffnung oder zum Umzug sind Sie immer mit von der Partie. Unser Dankeschön an Euch und ein dreifach donnerndes Rümmel! Rümmel! So, jetzt wird's spannend. Und, eins, zwei, drei, vier, 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 vier Untertitelung. BR 2018 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 Also hier Timor und sein Club auch schon mindestens 20 oder 25 Jahre hier dabei und wir sehen hier so gestaltete Fußgruppen immer wieder gerne hier bei uns im Umzug. Es ist halt auch eine Geschichte, die war und hier noch einmal auflebt Timor und sein Club. Also unser Dank an euch und ein donneres Rimmel! Ja, Timor und sein Club, eine wundervolle Gruppe, die hier mit im Programm viele, viele Jahre schon dabei ist hier bei uns beim Umzug immer wieder, wie viele andere auch eine wundervolle Idee haben und hier ein Bundesumzugsbild gestalten. Ja, weiter geht's bei uns hier im Umzug mit unseren Karnevalsfreunden, ein bei Weiden nicht unbekannter Verein aus einem Nachbarort, wenn wir von uns aus gesehen nach rechts fahren, dann nochmal rechts abbiegen, dann sind wir schon fast dort. Sie haben auch immer wieder eine ganz tolle Veranstaltung, sie sind ein toller Verein, ein kleiner Verein, aber mit Oho und sie haben immer wieder eine schöne Sache, die sie da gestalten, tolle Veranstaltungen, die sie machen. Und zwar sind jetzt unsere Karnevalsfreunde aus Mennhausen und wir begrüßen sie mit einem donneren Schmeldwee! Hello! Schmeldwee! Hello! Schmeldwee! Hello! Ja, in Mennhausen ist es so, dass da die Herren nichts zu sagen haben, sondern nur die Damen. Und Sie sehen, dass da keine Hilfe hat, aber das ist ja eigentlich eine Hilfe dran. Heute haben Sie aber, Junge, die Garte hier mit dabei, die hier das Center des Karnevals-Messischen Rauchdorfs in Mennhausen hochreißen. Und wir sind froh, dass Sie den Weg hier nach Röntgen gefunden haben und sind auch schon über viele, viele Jahre hier mit uns von der Partie. Unsere Nacht und unser neuer Schmeldwee! Hello! Schmeldwee! 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 Ja, auch hier in Mennhausen, wissen wir es natürlich viel ordentlich, wie wir feiern wir, denn auch in der fünften Gartenzeit sind wir irgendwann wieder bereit. Schmeldwee! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, so wie er es hier im Umzug zu diesem Siegner, wenn außen bei den Spätseln natürlich an den märischen Karten, an den Veranstaltungen. Und meine Damen und Herren, es ist unser nächstes Umzugspunkt, was hier in den Schatten passiert, was hier vorbeiräuft. Es sind hier die Volkbergreise aus Hildburg-Ausend, auch schon viele Jahre von der Partie und ich darf Ihnen auch wieder sagen, so mindestens 25 Jahre hier bei Umzug mit dabei. Ja, Sie sind immer wieder gern hier bei uns gesehen, zu das Hausweg nach außen, wie Sie auch schon sagen, die Volkbergreise haben Sie dieses Jahr passend zum Motto eine Jubiläums-Sinkflasche mit dabei. 25 Jahre sind Sie hier bei uns beim Umzug dabei, 30 Jahre Mauerfall, und hier in Rögel, 65 Jahre Karneval. Prost und Helau und ein neues Hildburghausen! Jo! Ja, hier, der wird frei, ganz schön, und wir hoffen, dass wir alle... Wenn du Jungs schon postet, welches Bier das wir haben, wär er nicht nach Amerika gefallen. Will wir im Fenst, habt ihr selber schon Knur, die trommeln am Tisch und singen da auf Ruhe. Ja, und die Hilfburghäuser gleich, Goldbergreisner, die gucken nach dem Freibier, wie es Ihr Lied schon sagt. Und Sie sind auch immer wieder gerne hier bei uns in Rögel zum guten Abend mit Volker Partie und in den Publikum sind Sie immer eine bunte Truppe. Und Sie sind gerne mit beim Umzug und beim Faschingfeiern hier dabei. Und weiter geht es mit den Wählern Heimer-Karneval-Vereinen, die hier schon nicht ganz so einziehen, wie die Umgebung, aber sie haben da. Ich denke, wir haben auch da, bei uns kann das auch ernst zu geben. Und hier von der Garde, von den Garde-Mädchen, die hier so bezaubert und schon ganz schön durchgefroren, hier vorbeimachieren, ein dreifacheres Spiel! Ja, und nicht nur die Garde haben Sie mit im Programm, sondern auch eine flotte Truppe. Die Jungs, die dort in Haida beim Bündnack zum Beispiel für die Kulissen zuständig sind und die Mädels, die hier immer fleißig mir einschenken und dem Publikum ausschenken, ich bin immer wieder gerne in Haida mit dabei und zwar mit Ihrem Umzugspillt, hier ist es unter Leitung von Julien Muttelwein und den vielen tollen Eder. Jawohl, guckt ihr euch an, hier ist das Scheißspanne unterwegs, Scheiß E, und anschließend tut sich der Elferrat, angeführt von seinem Präsidenten Michael Eppler. Ja, kennt ihr mich? Die lässt sich ja auch erst mal. Die lässt sich besser so hoch, oder? Viele kennen auch ohne Motz, also ich kenne ihn so. Ich muss vorhin erst mal fragen, wie er richtig ist. Das ist so. Der Spitznam ist immer gläufiger wie der richtige Name. Aber ihr wisst alle, wer es ist, hopps, wieder die Letzte. Hier führt den Elferrat an und hier auch eine tolle Gruppe und euch ein dreifach tolles. Hier! 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 Wie gesagt, Haida auch sehr schöne Doppelabende, tolle Doppelabende haben Sie sehr sehr. Da war auf oder nicht so schön ist es die Einführung groß. Hier 가 erzählt sich. Sein zum OK質 Halloween bin先 aus dem Heck, Na ja. Ja genau, und zwar, wie Sie schon an den blauen Farben erkennen, hier geht's um das Wasser und nicht um die Rust . Denn das Malfer in Rögel feiert nächstes Jahr sein 85-jähriges Jubiläum. Jubiläum und dazu haben die Tiere Röbeler und hier aus der Region wieder ein tolles Bild gemacht zur Rutschung und zwar üben Sie schon mal Ihr Wasserrett, Ihr Wasserrett koreografiert für nächstes Jahr. Musik Applaus 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 Hier hat es Rümmel! Weiter geht es mit dem nächsten Umzug im Jungflussgruppe. Hier kommt ein Verein aus den Drachen. Ja genau, und zwar vorneweg. Wir waren vor kurzem erst selbst dort mit einer kleinen Abordnung aus unserem Verein zu Gast. Zu einem wundervollen Abend, den wir dort erleben durften. Es war eine schöne Währung. Und hier sind Sie vorneweg, die Garde des ECV aus Währungen. Und euch ein tolles Beine! Ja, hier die Bärse-Mädchen, die natürlich immer auf den Beine sind. Wenn Sie hier auf der Bühne tanzen oder hier im Umzug dabei sind. Euch ein tolles Rümmel! Bei Marien! Bei Rümmel! Viele, viele Jahre sind Sie hier im Umzug dabei. Bei uns, wir haben meine bei uns auch gewohnt. In die Bühne, hier ist er unser Sebastian. Bei uns, der Lausche, der hier bei uns auch mit der Bühne steht und auch gleich gesehen ist. Bei uns ist es mit dem Punkt, die waren hier in den oberen, den vier rufen, reißen Kanälen. Bei uns ist der Einfluss des BTV. Ja genau, natürlich auch. Euch begrüßen wir mit einem tollen Fangheil! 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 Jawohl! Fangheil! 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 Und wir sind Sie natürlich alle, wie die Franz und Schaus vertreten. Und Euch noch einmal ein verandertes Fangheil! Die Zebras und die alten Schatten, die aber weiß Gott nicht so alt sind, wie sie auf ihrem Kostüm stehen haben, denn sie sind noch mitgeduldet, bis vor kürzer Zeit das Leben bei Bündnabend. Es war ein muttervolles Programm, wie schön es hat, die Werbung und wir danken euch für euer tolles Bundesbild und für euer Drahtsein. Ja, wie gesagt, der nächste oder die nächste Gruppe ist im Anmarsch immer bunt, immer keine Farben, hier bei Wingshut mit dabei und das sind sie, also ihr kennt sich selber, sie haben sie auch in der Hand, alles parat, hier werden Fugdrücke ausgedeint und Party gefeiert. So, alles Bananen, hier stehen die Quelle, gelbe Kostüme, auch originell wieder und wenn etwas Zucker hat, hier gibt es etwas Vitamine, Bananen, Brumm, wie sie sein müssen, noch nicht von der EU beschimpft, reicht sie ja hin, ist euch das, oder wenn sie nichts vereint sein, wo ihr euch nachdenkt, um zu aufwerfen könnt. Hier, mit dabei ist auch das Brunnenpaar hier auf unserer Tribüne eingetroffen, damit wir nicht mehr so ganz einspielen und es ist einfach, es ist noch einfach Spaß hier, wenn es so steht und es ist einfach fertig zu machen, es schießt sich an und Protif Project hier, hat hier einen tollen, großen ETA-HU-Gesettel, Partif Project ist hier bei uns zu grün, jetzt und das, viele von euch kennen sie, wollen man stets ballern, am Jahresanfang, kurz nach die Jahreswette, haben sie wieder, ihre Veranstaltung ist gleich am Berg und Gott hat nicht nur der Berg gelegt, sondern auch der ganze Saal ist nicht noch auf und wir machen hier und uns mal live mit Zerwein! thrive mit Zerwein! Alles gut, ich freue mich. Also gerne, dass ihr hier im Umso sind dabei. Die Frau Wempi kommt jetzt hier im Umso gegen ihre eigenen Wagen. Und wie sie ist natürlich auch sauber, alle Tage, die Frau Wempi kommt hier in Umso gegen ihre Wagen. Und wie sie sich natürlich auch sauber haben, ja, wie schon gesagt, ich nehme es euch wieder her, die große Rade des BKV aus Gleichabberg. Und auch Sie dürfen nicht fehlen, denn da kommt noch ein Umso gegen. Auch unsere Karnevalsfreunde aus Gleichabberg sind hier wieder mit dabei. Sie feiern ihre 25. Saison und haben ihre Kreispresidenten, und die Frauen in der Kirche kommen. Und jetzt sind sie dabei. Die Freunde, die Kommission haben den BKV ein dreifach und die Stichung haben. Jawoll! 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 Es gibt auf jeden Fall warme Räumlichkeiten, Gedenke, Tuchen, Bratwurst, Tierniveau, was das Herz begehrt und tolle Partymusik. Ich bedanke hier nochmal an die Feuerwehr, die diese Veranstaltung absiegerte und auch Dank an euch als Puppetumpe hier, ein tolles Publikum hier heute Nachmittag, trotz dem riesigen Rätselort. Ja, wie Jan schon sagt, wir danken euch natürlich, wir danken der Feuerwehr, der Polizei. Klaus, wir danken dir für deinen Einsatz hier bei uns, damit das Publikum, die Gäste, die hier am Umzug standen und zuschauen, uns natürlich hier auch gut verstanden haben oder uns verstehen konnten. Kommen Sie alle gerne mit, mit raus ins Verein, haben Sie mit uns ein bisschen Spaß. Es wird dann auch wieder eine kleine Kostümbelehrung geben, wie schon angekündigt und dann lassen wir den Sonntag gemeinsam schön ausgehen. Jawohl, also, passt schön auf, wenn ihr nach Hause geht, kommt nicht doch unter die Räder, treibt es nicht so doll, wenn kommt ein Verein sein, dann können wir gemeinsam feiern, natürlich nicht ganz über die Strecke schlagen, aber ein kleines bisschen die Sau, lassen wir schon mit euch raus. Also, ein schöner Winter noch hier aus Röntil, danke, dass ihr da wart und bis nächstes Jahr dann zum Umzug oder ihr seid morgen nochmal da, wenn die Kleinen hier durchziehen und schmeißt Süßigkeiten, Kamellen oder, 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 oder ihr steht einfach nur da. Aber die Kinder freuen sich auf jeden Fall, hier mal die Hauptperson im Umzug zu spielen. Also, schönen Dank und ein donnerndes Röntil, Herr Röntil, das war es hier von der Umzugstribüne, wir sehen uns dann im Vereinsheim. Vielen Dank.